10 Objekte reihen sich an einer Wand in einem schmalen, rechteckigen Raum im Kunstmuseum Bayreuth. Sie leuchten von der weißen Wand dem Besucher entgegen. Sie sind nur etwa 25 cm breit und wirken klar, hell und irgendwie einfach. Das liegt an den wenigen geometrischen Formen, aus denen die Objekte übereinander geschichtet sind. Ein aufgerichtetes Rechteck ist immer der Grundträger. Auf diesem sind weitere Formen angeordnet. Im ersten Objekt, ganz links, ist es ein gedrückter Kreis, dessen Längsachse an der linken Kante des Rechtecks aufliegt und der sich in strahlendem Rot über einen Teil des Rechtecks ausbreitet. Sechs weitere Objekte zeigen diesen gedrückten Kreis, ein immer wiederkehrendes Motiv in Rupprecht Geigers Kunst. Die Achse des liegenden Kreises kann an der linken oder rechten Kante des Hochrechtecks platziert sein. Sein Umriss an der oberen oder unteren Kante abschließen. Der gedrückte Kreis lässt von dem darunter liegenden Rechteck noch einen Streifen frei. In drei weiteren Objekten gibt dieser Streifen über oder unter dem gedrückten Kreis das Maß für die Breite eines weiteren kleinen Rechtecks, dessen Länge die schmale Seite des großen Rechtecks festlegt. Dieser schmale Balken kann den gedrückten Kreis auch senkrecht entlang der Kante des großen Rechtecks begleiten oder mit einem weiteren Rechteck kombiniert sein. Einmal überlässt er seine Position einem sehr kleinen Kreis und einmal wächst der kleine Balken auf die Länge des Hochrechtecks und überlagert ein liegendes Rechteck. Es ist reizvoll, das Zusammenspiel der Formen zu entdecken, deshalb soll es hier auch so genau beschrieben sein. Doch ist dies gar nicht das Hauptanliegen der Objekte. Sie wirken durch ihre leuchtenden, manchmal modulierten Farben mit der Vorliebe für Rot, Pink, Orange, Gelb, manchmal einem gedeckten Ocker für die Grundplatte und mit zartem Fliederton für die Kanten. Die Objekte sind benannt mit Metapherzahl 0 und dann fortlaufend bis Metapherzahl 9. Sie sind 1984 entstanden. Ruprecht Geiger hatte sich in Zeichnungen bereits ab 1975 damit beschäftigt, Zahlen durch geometrische Formen darzustellen. Um sein Vorgehen zu beschreiben, wählte er für die Zahl den Zusatz Metapher, also ein Bild von einer Zahl oder etwas irgendwie Übertragen gemeintes. Wir müssen aktiv werden und die Zahlen schreiben, um sie in den Objekten wiederzufinden. Wir lassen die 0 kreisen, wir ziehen die 1 mit der energischen Senkrechten und wir beginnen die 2 rund und schließen sie mit dem unteren Querstrich ab. Wenn wir es nachfahren, können wir in den geometrischen Formen sehr leicht die Zahlen entdecken. Am einfachsten zu lesen sind vielleicht kleiner und großer Kreis als 8. Die Objekte im Kunstmuseum sind Modelle für große Ausführungen mit einer Höhe von 110 cm. Große Flächen erhöhen die Wirkung der Farben, aber auch die Modelle lassen den Raum im Bayreuther Museum in neuer Weise leuchten.